Lalalala, ich kann das Lied irgendwie nicht mehr hören. Gut, probieren wir es nochmal als erstes hier drüben. So. Schwere Rätsel sind schwer. Gut, dann probieren wir es nochmal hier vorne. Und dann probieren wir es hier. Und dann probieren wir es nochmal hier. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Irgendwie. Nicht. Wie haben wir denn das denn gerade gemacht gehabt? Versteh das nicht. Hm. 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 Also erstmal müssen wir das Teil da... ...hier erstmal wegkriegen. Also kriegen wir das Teil wieder da hinten auf die Seite. Und dann versuchen wir das Teil irgendwie runter zu porten. Nein! Ach, Link. Gott, der Typ geht mir grad so auf die Nerven, mir ganz echt. Ach, Link! Also. Ich dreh durch! Ich dreh am Rad! Ich dreh am Rad! So. 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 Dann sind wir, glaube ich, hier gestanden und haben hier gespielt. Und da ist die Kiste. Sehr schön. Und wehe, du springst da jetzt runter, Link. Dann gibt es aber ganz schön auf die Füße. Auf die Füße! Ich bin ganz vorsichtig. Oh Gott. Ah! Wir haben es geschafft. Ah, wir sind Echsen! Wir haben lange Schwerter. Aua, und du nicht. Aua! Hä, was kannst du eigentlich? Nix kannst du! Oh Gott, noch ein Zeitblöcker. Ich kann die ganzen Zeitblöcke nicht mehr sehen. Warte. Äh. Natürlich. Hätte ich mir denken können. Ich mag keine Zeitblöcke, die gehen mir voll auf die Nerven. Ah. Nochmal. Ey! Kann doch hier gar nichts machen. Ah, das gibt's doch nicht. Da oben war doch gerade irgendwas, oder? Und ich wurde gerade angeschrieben. Moment, ich mach mal kurz hier erstmal Skype aus. So. So, damit mich keiner nervt. Und das Ganze für gar nichts. Also wir haben wirklich das Ganze hier für gar nichts gemacht. Weil wir da nicht weiterkommen, noch nicht. Das, 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 das geht mir richtig auf die Nerven. Also das war jetzt echt, das, das war, das war schon ziemlich kacke. Finde ich jetzt nicht so schön, was die da abgezogen haben. Warte mal. Also ich komme hier definitiv nicht weiter und... Oh, hallo! Na, ihr Süßen! Hm. Hm. Na, na klar. Äh, ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nirgends weiter. Alles ist... Ja, schlag halt den Krug, meine Güte. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Da kommen wir auch nicht weiter eigentlich. Ich meine... Hm. Und runterfallen! Runterfallen! Ich meine, hier, das... Wir kommen aber bestimmt auch nicht mit den, äh, mit den Eisenstiefeln durch. Bestimmt nicht. Seht ihr? Ich hab Eisenstiefel. Hm. Schauen wir uns noch mal da oben um. Ja, Link, treff halt... So. So, wir schauen uns noch mal hier um. Ob es hier irgendwo was gibt. Also ist doch hier nix jetzt. Vielleicht hier? Nee. Also hier ist definitiv nix. Hm, das hier... Äh... So. Wolltet, wenn ich das hier mache. Ah! Nichts! Ich glaube, wir brauchen die, ähm... Diese Dingsstiefel da... Hier, um da hinzukommen, brauchen wir die Gleitstiefel. Die Stiefel, die... Ja. Äh, guck mal, ich schieße jetzt nicht hin. Äh... Bebebebebe, bebebe, bebebebe, bebebe. Äh... Ja, so ist das, ne? So ist das Leben manchmal. Manchmal ist das... Ziemlich doof hier und so, ne? Guck mal, wie die der Patrouille hier hat. Auf jeden Fall schafft man es da nicht drüber. Oder vielleicht doch? Nein. Nein, nein, nein. Das schafft man nicht. Das kriegt man nicht hin. Und Frau kriegt es auch nicht hin. Falls ihr das denkt. Haben wir eigentlich schon hier drin? Keine Ahnung. Auch gar nicht, wie man da hinkommen soll.